Gleich mit einem Super-Life-Ergebnis in Verlängerung im Kurvenbereich, sichtbar von hier, der Zielgasse. So, die letzte Minute. Weltmeister im Zeitfahren in der Altersklasse Weltmeisterschaften der Ärzte und Apotheker holte er 2009 den Titel und auch seine Leidenschaft widmet er dem Radsport. Man darf es sagen. So, und die letzten Meter. So, während der Ralf startet, sehen wir ein weiterer Tier einer auf. Auf der Start-Trombe! Aus Gräben! Nummer 2! Das war der letzte Fall, wo der Auftrag gestattet wird. Jetzt verfolgen! Hendrik! So, um den Sieg. Es geht um die persönliche Besttheiten. Viele, viele weise ich aus. Insider-Kreisen. Wir würden laufen hier. Der letzte Fahrer hinterher als Abschiedskonvolk. Zieleinfahrt für Rhein-Westfalen. 17, 19. So, die Startnummer 1936, Thomas Weiße. Thomas Weiße. Davon gebeugt. Das ist die Nummer 9, Michael Spieger. Für die Nummer 7, Ralf Lemke, 16, 39. Gefolgt von